Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist Andre und heute geht es um die unglaublichsten Waffen des Mittelalters. Ich muss ein bisschen einschränken. Mittelalter, ja, im Frühmittelalter wird das nicht sehr viel. Eigentlich gar nichts. Ich habe gefragt, aber ich habe Leute gefragt, die sich wirklich auskennen, aber das Frühmittelalter ist da ein bisschen konservativ. Eine Waffe ist eine Waffe, ein Schwert da ändert sich. Es gibt wunderschöne Einlegearbeiten, Prunkstücke, die habe ich hier rausgelassen. Auch bei Helm gibt es ganz großartige Prunkstücke. Satten-Hu-Helm zum Beispiel. Aber Prunkstücke wollte ich eben genau nicht machen, auch in anderen Zeiten. Hier zum Beispiel das Kurschwert des Kurfürstin Friedrich von Sachsen. Tolles Ding, aber nicht das Thema heute. Ich meine, die Materialien sind großartig. Da ist zum Beispiel Bergkristall verarbeitet. Darum geht es heute nicht. Es geht nicht um Prunkwaffen. Es geht um Waffen, die von ihrer Form, ihrer Funktion her wirklich außergewöhnlich sind. Ich habe ja kürzlich einen Film über Waffen gemacht. Blende ich euch nochmal kurz hier ein, ansonsten findet ihr ihn auf dem Kanal. Und da habe ich vor allen Dingen gesagt, was nicht außer der Norm ist. Also so Dinge wie Morgenstern. Es gab solche Waffen, auch Kriegsfliegel. Es gab so etwas. Streitkolben, Streithammer, die oft als sehr typische Waffen angesehen werden, sind tatsächlich eher selten oder teilweise sogar ziemlich selten. Und das habe ich damals im Video bewusst rausgenommen. Heute geht es genau um solche Waffen. Und zwar um die extremsten Beispiele, die noch schräger sind als die normalen schon. Und wir fangen einfach an mit den Klingenwaffen. Ich meine, das Schwert hatten wir ja schon, auch die Bedeutung des Schwertes als Objekt. Eine Waffe, die ich vorgestellt hatte, alternativ zu den Schwertern, waren die einschneidigen Waffen. Messer, Falsche und die ganz verschiedene Dinge. Und da gibt es ein paar, schon seit dem Hochblatt, ein paar sehr schräge Formen. Hier zum Beispiel aus der Kreuzfahrerbibel dieser Fallschirm mit einer gezahnten Klinge und einem Regenschirmgriff. So im Bereich Battle of the Nations, Vollkontaktkampf, sind die Dinger sehr, sehr beliebt. Die sollen sehr wuchtig sein, sind da oft zu finden. Außerhalb dieser Szene sind diese Waffen quasi unbekannt. Also vor ein paar Jahren hat man sich überhaupt erst mal beschäftigt. Es gibt aber gar nicht so furchtbar wenige davon. Es gibt hier auch eine zweihändige Version. Das Bild ist jetzt nicht sehr gut, aber die Klingenform ist sehr ähnlich. Hier haben wir, ja, es ist eigentlich eine Art Haumesser schon fast, auch zweihändig vermutlich. Da gibt es eben ganz, ganz viele Formen. Und auch im Spätmittelalter, hier haben wir das 14. Jahrhundert mit Beckenhauben, werden solche zweihändigen Hiebwaffen, sind sehr beliebt. Also die Rüstungen, die Schilde kommen langsam weg. Die Rüstungen sind so gut geworden, dass man auf den Schildquartz verzichten kann. Die zweite Hand wird frei und das wird genutzt, um wuchtiger zuzuschlagen. Und da tauchen eben ein paar Waffen auf die Nachfolger. Sehen wir gleich noch, aber da haben wir eben eine ganz lustige Bandbreite an ein- und zweihändigen schrägen Klingenwaffen. Und dann allein auf dem Bild hinten hoch erhoben, eine Art Klebe mit Parierstange. Unten ist noch eine gezahnte zweihändige Klinge. In der Mitte ist ein einhändig geführt, ein falscher. Also es gibt hier ganz viele Varianten davon. Eine andere Klingenwaffe, die auch außerhalb der entsprechenden Szene fast unbekannt ist, ist die Fechtfeder. Hier haben wir ein Bild von Johannes Lichtenauer, ganz berühmter Autor von Fechtbüchern. Das ist nicht aus einem seiner Bücher, das ist nicht zeitgemäß, es stellt ihn nicht direkt dar. Es ist, ich glaube, 100 Jahre nach seinem Tod entstanden oder so etwas. Und man sieht hier eben ihn sitzen, im Mittaggrund einer Wand, ein Schwert und ein langes Messer, auf die er zeigt. Und in seiner Hand eine Fechtfeder. Und eine Fechtfeder ist eine ziemlich merkwürde Graf. Ich habe hier eine moderne Nachbildung. Und man sieht, es gibt so einen Ansatz der Klinge und dann wird daraus eine ziemlich dünne Klinge, ist auch durchaus biegbar. Oft an der Spitze auch eingerollt, damit sie eben nicht spitz oder scharf ist. Und es gibt da verschiedene Thesen, wo dieser Absatz herkommt. Zum Beispiel, dass es sich um abgeschliffene Schwerter handelt, bei dem man die Klinge, die Schneidebecke schliffen hat eine Zeit lang. Schwerter werden auch zum Teil so konstruiert, dass auf eine Mittellage aus einem weichen, weicheren Stahl, Kohlenstoffärmacher Stahl, eine Schneidlage aus kohlenstoffreichem Stahl aufgeschweißt wird. Und wenn die entfernt werden würde, was schon ziemlich schwierig wäre, dann würde ungefähr diese Form rauskommen. Aber es gibt ganz viele Dinge, ich halte mich aus der Diskussion raus. Aber diese Fechtfedern, die finden wir erstaunlich auf den Quellen. Also gerade überall da, wo gefochten wurde, wir haben hier eine Trainingswaffe. Heutige Trainingswaffen sind ja gerne aus Glasfaser. Steht natürlich nicht zur Verfügung, also haben wir hier eine stumpfe, nicht scharfe und auch relativ leichte Trainingswaffe. Und die wird halt heute wieder von Fechtgruppen verwendet, um zu trainieren. Und das ist ziemlich praktisch. Also das hat sich sehr durchgesetzt. Und seitdem hat diese Waffe auch eine Renaissance erfahren. Allerdings in dieser speziellen Szene, auch das ist außerhalb nicht sehr bekannt. Das war es auch schon im Großen und Ganzen an Klingenwaffen. Viel mehr kommt da nicht mehr. Bei den Schlagwaffen kommen noch ein paar Dinge. Also ich habe hier nochmal ein Bild, das hatte ich schon mal verwendet, als Vorschaubild. Das ist aus der Karlsruher Passion. Und da sehen wir hinten eine ganze große Variante an Stangenwaffen, an Schlagwaffen. Und das ist im Prinzip schon ein Überblick, was wir alles haben. Hier haben wir spießartige Waffen, zwei unterschiedliche Sperre. Wir haben das, was man auch als Morgenstern bezeichnet. Also so eine Stachelkeule an einer Stange, die gibt es durchaus einhändig, die gibt es auch zweihändig. Wir haben hinten eine Kriegskabel. Auch eine Waffe, die gar nicht so selten ist. Wir haben einen Fußstreithammer und eine Art helle Bade. Lustig ist diese helle Bade mit diesem pfeilförmigen Spitze nach oben. Natürlich hat es ein bisschen mit einer künstlerischen Darstellung zu tun. Aber tatsächlich, gerade bei Stangenwaffen gibt es eine unfassbare Bandbreite an Formen und Sonderformen. Will ich jetzt gar nicht groß darauf eingehen. Dieses Bild hat eigentlich einen sehr schönen Überblick gegeben. In Sonderformen, aber wenn wir zum Beispiel beim Streithammer nehmen, dann haben wir zum Beispiel so etwas Schönes. Das ist ein italienischer Streithammer in Form eines Drachens und die Spitze ist der Schwanz und die Schlagfläche kommt aus dem Maul. Auch sehr nett, man sieht da, wird viel Aufwand getrieben. Ein zweites Modell haben wir hier. Das ist nicht mal kein Drache, das ist ein Löwenkopf. Auch wieder mit den einzelnen Teilen aus den Mäulern und dem Vordergrund aus Silbern. Was man da sieht, ist ein Gürtelhaken, um in den Gürtel einzuhängen. Und dann haben wir noch so ein prächtiges Stück, das ist ein Fußstreithammer. Ebenfalls mit drei Drachenköpfen, diesmal kommt sogar die Stoßspitze da raus. Und irgendwie der Aufbau darunter, samt der Schutzscheibe für die Hand, das erinnert mich an eine gotische Kathedrale. Also sehr, sehr, sehr aufwendig. Und sowas kommt langsam. Also ab der Neuzeit, im 1600, wird es mit Prunkwaffen noch deutlich mehr. Also da haben wir noch deutlich mehr Beispiele. Kann ich eigentlich auch mal einen Film drüber machen, was da alles an Techniken auf einmal dazukommt. Aber für das Spätmittelleiter ist das schon außergewöhnlich. Aber fängt schon, was den Prunk angeht, ziemlich gut an. Bekannter ist der Deutschstreitkolben. Das Bild ist nicht ganz so gut, ist aus einer Handschrift von Talhofer. Das ist so abgeschnitten. Also nicht nur mein Bild schneidet es ab, das Buch schneidet es auch ab. Aber ich habe eine andere Quelle dafür. Hier ein Streitkolben, der eine Hand formt. Und diese Hand hält entweder einen Nagel oder ein Dolch in der Hand. Und das ist dann die eigentliche Waffe, diese zustoßende Spitze. Was ich im letzten Fall auch gesagt habe, was sehr, sehr selten ist. Aber es gibt es tatsächlich. Wir haben hier auch Morgenstern und Kriegspflege. In dem Sonderfall, wir haben hier einen Kriegswagen. Werden wir gleich nochmal ein bisschen was dazu sehen. Aber da haben wir auch solche Schlagwaffen. Ich glaube, ich kenne zwei Abbildungen von einem Morgenstern, die wirklich mittelalterlich sind. Mehr dürften nicht sein. Der Kriegspflege im Hintergrund, den sehen wir tatsächlich häufiger. Aber dann eben in so einem Zusammenhang. Und der ist auch sehr sinnvoll. Weil wenn ich den über den Rand des Wagens halte, ich muss den tatsächlich nur die Stange drehen. Und durch das Gelenk fängt dieser Kopf an, hin und her zu springen. Fast unkontrollierbar. Und ich muss damit gar nicht zuschlagen. Es reicht, wenn ich den über die Wandung des Wagens halte und drehe. Das ist tatsächlich schon schlimm genug. Ich möchte das Ding nicht abkriegen. Aber auf einem normalen Schlagfeld ohne die Wand wird es halt wieder schwierig. So die Idee, dass es eine extrem starke Wuchtwaffe sei. Kann man natürlich so benutzen. Ist aber eigentlich nicht der eigentliche Einsatzzweck. Dann haben wir jetzt, jetzt kommen wir zu den wirklich abgefahrenen Dingen. Also völlig schräges Zeug. Wir kommen zum Thema Duelle. Und ich habe das letzte Mal schon den Fußstreithammer vorgestellt. Der war für viele Leute schon eine Überraschung. Es ist auch immer so, wenn ich Leuten die Waffen erkläre. Das Schwert steht immer so im Vordergrund. Mordachs. Fußstreithammer haben viele noch gar nichts von gehört. Hier haben wir einen Fußstreithammer, der unten, wenn ihr mal das untere Ende anschaut, noch zusätzliche Haken und Spitzen hat. Das sehen wir bei erhaltenen Fußstreithammern quasi nie. Und auch auf Abbildungen nicht so wahnsinnig oft. Aber es gibt immer wieder Beispiele dafür. Diesen hat für den gerichtlichen Zweikampf. Das ist wirklich, oder überhaupt Zweikämpfe in Rüstung mit dem Fußstreithammer. Das ist was, was man auf dem Feld vermutlich nicht mitnehmen würde. Da wäre es wahrscheinlich zu unpraktisch, da unten noch mehr Haken zu haben. Aber für das direkte Duell wird es eingesetzt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei den Duellwaffen. Die haben einige Sonderformen herausgebildet. Eine schöne Variante davon ist nämlich der zerlegbare Fußstreithammer. Ich kann den in allen Einzelteilen zerlegen. Der Kopf wird nur durch Schrauben quasi gehalten. Es gibt auch noch mehrere Schrauben. Man sieht einen mit Tierköpfen, einen mit Pyramiden. Man sieht den eigentlichen Stil, der auch vorbereitet ist, die anderen Teile aufzunehmen. Und ich kann das untere Ende, das sind auch zwei Varianten. Einmal eine einfache Stoßspitze und einmal eine Stoßspitze mit dem Rückhaken. Also das Ding kann ich, je nachdem, wie ich es benutzen möchte, mir zusammenbauen und habe dann eine Waffe, die ich meinen Bedürfnissen anpassen kann. Eine andere Fechtechnik, die wir aus dem größten Zweikampf sehr gut kennen, ist das sogenannte Halbschwert. Man nimmt das Schwert auch an der Klinge, benutzt es als Hebel, benutzt es zum Zuschlagen. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Und auf diese Fechtart haben sie die Waffen natürlich eingestellt. Es ist das Bohrschwert oder der Estock entstanden. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Eine sehr lange Variante mit einer gar nicht mal so scharfen, mehr vierkantigen Klinge. Und hier habe ich noch ein weiteres Modell. Das erkennt man etwas besser aus den Royal Armories. Sogar eine sehr deutlich sichtbare Fehlschärfe, die ich mit der Hand reingreifen kann. Und es gibt dann auch solche Bohrschwerte oder Estock, die noch mal eine zusätzliche stumpf geschliffene Griffteil quasi mitten in der Klinge hat. Da gibt es ganz viele Varianten. Das ist genau für diese Halbschwertechnik. Das reicht aber noch nicht. Wir haben dann noch Waffen, die da weitergehen. Hier zum Beispiel, das ist zwar jetzt nicht Mittelalter, aber das Bild soll es verdeutlichen. Denn wenn man sich diesen Aalspieß anguckt, den der Trabant, der Leibwächter am rechten Bildrand trägt und mal vergleicht, die Klingenlänge und die Grifflänge, das ist keine Stangenwaffe. Es gibt den Aalspieß auch als Stangenwaffe. Es gibt den auch mit langer Stange, also über zwei Meter großes Ding. Den kann ich wie eine Stangenwaffe verwenden. Aber es gibt ganz viele Abbildungen vom Aalspieß, die zeigen genau das, was wir hier sehen. Und das ist letztlich ein Schwert und keine Stangenwaffe. Denn genutzt wird das Ganze. Das sieht man auf dem nächsten Bild wunderschön. Das sind zwei Ritter. Das ist eine Variante vom Aalspieß, die ich gleich nochmal genauer zeigen werde. Aber hier haben wir zwei Vollgerüste, die mit dem Aalspieß aufeinander losgehen, die quasi wie Schwerter benutzen. Und in dieser speziellen Variante geht es vor allem darum, die Wappenrocke zu zerstören. Also die werden sich in der Rüstung gar nicht so richtig gefährlich. Darum geht es auch gar nicht. Das ist eine Duellart, in der es um Schau geht, um Turnierkampf geht. Und da werden diese Wappenrocke in Fetzen gerissen. Ganz schrecklich oder sowas. So ein Wappenrock bestickt und benäht und aus kostbaren Stoffen blüht mir das Herz. Ich hätte gerne so ein Ding. Aber die scheinen es das leisten zu können. Und diese spezielle, diese französische Variante vom Aalspieß, die habe ich auch schon mal als Nachbildung in der Hand gehabt. Hier ist ein Bild dieser Nachbildung. Die hat nämlich nicht nur eine Scheibe wie der normale Aalspieß. Die hat zwei Scheiben. Und dazu jeweils noch eine Parierstange, die die Scheibe stützt. Also man sieht hier auch die Verwandtschaft zum Schwert. Wird auch ähnlich benutzt. Allerdings nicht zum Schneiden. Die Dinger sind auch quasi nicht scharf. Sondern zum Stechen und den Gegner eben anzugreifen und seinen Wappenrock zu ruinieren. Aber auch für normale Schwerter haben sich dieser Kampfer angepasst. Wir sehen hier nochmal den Schlag mit dem Schwert. Wir sehen, sowohl die Parierstangen sind fies spitz, als auch der Knauf ist fast keulenartig mit Spitzen ausgeformt. Und da gibt es Originale zu. Das Ding zum Beispiel ist genauso ein Schwert für den, nicht für die Schlacht, dass es dafür unpraktisch ist, für den Zweikampf und Rüstung im Halbschwert. Und dass man eben auf dem Bild übrigens dieser Halbschwert ist, die ungerüstet sind. Das ist eine Besonderheit dieser Handschrift. Und das Kapitel über diese Techniken fängt mit Gerüsteten an und irgendwann werden sie ungerüstet, ohne jede Erklärung. Aber es sind alles gerüstete Techniken, die sie zeigen. Aber hier haben wir genauso ein Schwert für den Zweikampf im Halbschwert. Das Ding, da wird der sogenannte Mordhau mit dem Knauf nochmal deutlich, deutlich interessanter. Und auch die Parierstange ist als Waffe ausgeformt. Ich muss nicht nur hebeln wie beim normalen Schwert, ich kann auch tatsächlich den Hals angreifen, wenn ich schon in der Gegend bin, wenn ich da reinkomme. Noch ein Bild, nicht mehr aus dem Mittelalter, wo das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben ist. Ich habe sowas auch im Mittelalter schon gesehen, ihr müsst aber jetzt mit dieser Quelle Vorlieb nehmen. Hier haben wir zwei Schwerter, die sind direkt mit einer, die sind quasi als Streithammer ausgeformt. Die Parierstange, das Kreuz hat die Form einer Axt, auf der einen Seite eine Spitze, auf der anderen Seite eine Axtklinge bekommen. Dazu kommt nochmal diese Griffscheibe mitten auf der Klinge, um da die Hand zu schützen. Also das ist so das endgültige Duellschwert. In allen Teilen gefährlich, in allen Teilen scharf. Werden wir niemals irgendwie im wirklichen Schlachteneinsatz sehen. Da brauchen eine Waffe, an der ich mir nicht ständig die Hände kaputt haue, wenn ich dran komme. Das ist wirklich ein Ding, das wird für den Turnier oder für den Duellkampf herausgeholt. Und ansonsten lässt man das besser bleiben. Und es gibt auch hier sogar Schwerter mit austauschbaren Knäufern. Auf der einen Seite, das ist jetzt eine mittelalterliche Quelle, wieder sind wir im 15 Jahrhundert. Wir sehen wieder diese Griffscheibe, wir sehen wieder spitze Parierstangen, wir sehen wieder Knäufer. Und der mittlere, den kann ich abschrauben. Der wird abgeschraubt, den kann ich also durchaus ersetzen. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Fechthandschrift, nämlich diese hier. Das ist eine von den Gladiatoria-Handschriften. Da schraubt der Linke, hat den Knauf abgeschraubt und wirft ihm jetzt seinen Feind entgegen. Du wirst auch im Text. Also im Prinzip, um den Gegner abzulenken, zu verwirren, soll ich ihn mit dem Knauf bewerfen. Wenn man es kann, klar. Eine vollkommen schräge Waffe, über die hat Todstaff schon einen Film gemacht. Werde ich auch hier einblenden. Der Schwerthammer. Das ist jetzt ein sehr, sehr schlechtes Bild. Ich habe gleich noch ein zweites, damit man auch sieht, es gibt dieses Ding wirklich. Es ist nicht so nur eine schlechte Collage. Wir reden hier wieder von einem Schwert, auch wieder so ein Istok, ein Bohrschwert im Prinzip, mit einem Hammerkopf mitten in der Klinge. Und das Ganze liegt im Plötig Museum, meine ich. Und hier sieht man es eben in der Vitrine. Das ist ein ganz schlechtes Bild, aber es ist alles, was ich finden konnte. Es gibt das Ding. Vollkommen schräge Waffe. Und wie gesagt, es gibt ein Video dazu, in dem das Ding auch getestet wird, gegen eine Pringantine. Und es schafft sogar, Teil dieser Pringantine zu verbiegen. Also gegen so eine Rüstung echt effektiv. Wie gesagt, werde ich verlinken. Könnt ihr mal reingucken. Und ebenfalls in die Richtung, hier haben wir eine Klebe, die noch eine zusätzliche Parierstange hat. Auch das ist eine Waffe, ganz ähnlich wie die, die wir hier gesehen haben. Wieder ganz lange, fast so lange wie die eigentliche Klinge. In dem Fall sogar ein bisschen länger. Und dann eine ganz fantastisch ausgeformte Klinge. Also solche Duellwaffen, da finden wir wirklich die abstrusesten Formen. In das Thema, weil das Thema sehr nahe ist, mache ich jetzt einen kleinen Sprung zu den Schilden. Schon weniger bekannt ist, also diesen normalen Schild, in der typischen Schildform, den kennt quasi jeder. Sachen wie Pabesen sind auch relativ bekannt. Hier haben wir mal, was nicht ganz so bekannt ist, sind Tatsche. Sogar zu Fuß, also Tatschen sind nicht immer nur Reiterwaffen, auch wenn sie so oft so angesehen werden. Hier ist eine Tatsche zu Fuß und hier habe ich ein Original dazu. Auch mit diesen Rippen, dieser Ausform, die sind größer als man denkt. Also die werden oft für relativ klein gehalten. Das sind zum richtig großen Teil, die im Prinzip einen halben Oberkörper abdecken. Und sehr, sehr oft fantastische Formen haben. Diesen Rippen dazu, sehr, sehr stark gebogen. Das sieht man ja von vorne auch nicht. Auf dem letzten Bild hat man so ein bisschen, gewinnt man den Eindruck, wie stark die gebogen sind. Also das ist schon so eher Viertelkreis als alles andere. Und auch die Aufhängen. Also wenn meine Tatsche im nächsten Jahr endlich fertig ist, dann werde ich hier mal im Video vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Aber schon eine sehr, sehr tolle Formgebung. Noch viel abstruser, und da sind wir wieder im Thema von eben, nämlich in den Duellen, sind die Duellschilde. Da gibt es mehrere Formen. Hier aus einer berühmten Talofar-Handschrift, große Schilde. Wir haben es hier mit einem gerichtlichen Zweikampf zu tun. Die beiden Gegner sind ungerüstet, tragen diese vorgegebene Kleidung. Da gibt es sogar Schnittmuster, wie die anzufertigen war. Und diese ganze Idee bei diesen gerichtlichen Zweikämpfen ist für Chancenausgleich zu sorgen. Die soll dafür sorgen, dass man keinen Vorteil davon hat, ein toller Kämpfer zu sein. Deswegen werden absichtlich Hindernisse quasi geben. Hier diese riesigen Schilde, man sieht, sie sind auch abgesetzt und man kämpft quasi um die Schilde herum. Das ist aber nur eine Form, da gibt es noch viel aufregendere Formen. Hier zum Beispiel wird das ganze Ding jetzt anders verwendet. Es wird ohne ein Schwert verwendet, als Hauptwaffe. Und mit diesen Haken und der Spitze, man sieht auch, mit der Spitze wird zugestoßen. Damit kann ich einen Gegner verwunden. Und hier haben wir noch eine Wache, da haben wir sie wieder in den Anzügen mit dem Kreuz darauf. Und da sieht man halt, es wird fast wie ein Kampfstab verwendet, an dem dann noch ein Schild dran hängt. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Regelungen, wie die Schilde aussehen, je nachdem, wo dieser gerichtliche Zweikampf stattfindet. Aber das ist auch etwas, das so aus der allgemeinen Warnung völlig raus ist. In solchen Büchern gibt es auch Anleitungen, wie ein Kampf Mann gegen Frau aussieht. Da hatte ich schon mal was zu gemacht, wenn ihr es wissen wollt, ist der Film über Turnierwesen oder im Zweikampf. Da habe ich auch Mann gegen Frau, der Mann mit der Keule, die Frau mit dem Stein im Tuch. Aber hier diese Duellschilde, im Prinzip auch wieder Duellwaffen, sehr, sehr schräg, wollte ich unbedingt zeigen. Eine andere Art von lustigen Schilden, die man immer wieder mal sieht, sind die Schilde mit Gesicht. Das ist eine relativ frühe Form und tatsächlich sieht auch so wie ein Mond quasi. Kinder würden Mond so malen, diese mondförmige Gesichtsschilder, die findet man wirklich, wirklich häufig. Hier habe ich sogar mal einen Buckler mit Gesicht, auch eine seltene Variante findet man ab und zu. Aber hier zum Beispiel aus der Kobäcker Bibel, der Goliath mit David gegen Goliath, der Kampf wird ja dargestellt. Der Goliath mit diesem riesigen Gesichtsschild. Ich wüsste nicht, dass es ein Erhaltensexemplar gibt, aber wir haben so viele Beispiele davon in der Literatur, so viele Abbildungen, dass ich persönlich davon ausgehen würde, das war eine Sache. Es gab Gesichtsschilder, bin ich ziemlich sicher, weil die einfach so oft gezeigt werden und sicherlich auch eine interessante Wirkung hatten. Eine Variante davon wäre dann noch dieser Schild, der hat ein Schildbuckel, was ja auch nicht so häufig ist in der Zeit, also Schildbuckel ist so typisch frühmittelalterlich. In der Antike haben wir auch oft Schildbuckel im Spätmüllalter, da gibt es ganz wenige Schildbuckel. Hier haben wir mal ein Schild mit Schildbuckel und der hat auch gleich wieder eine Monsterfratze. Ob dieses Maul jetzt auch irgendwie dazu da ist, um Klingen zu fangen oder sowas, keine Ahnung, aber ich fand es einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und wo wir bei Bucklern sind, das ist die Variante, wo dann doch der Schildbuckel noch aktuell ist. Hier haben wir ein Schild, also wirklich so ein Faustschild, bei dem dieser Buckel zu einer Spitze ausgetrieben wird. Also hier ist der Schild, die Verteilungswaffe, gleichzeitig auch eine Angriffswaffe und dem kann ich auch ordentlich wehtun. Hier haben wir eine andere Schildvariante mit Angriffswaffe, das ist aus der Coburger Bibel, auch ein relativ kleiner Schild, geht so in Richtung Handpapier, ist ein bisschen unten, allerdings sichtbar mit einer eisernen Spitze, die sehr, sehr gut in der Lage ist, einen Gegner zu verbunden. Gar nicht so häufig die Abbildung davon, das gibt es hier aber immer mal wieder. Und als letzte und schrägste Form habe ich nochmal einen Buckler, wieder mit Buckelschild und zwar aus einer weiteren Talhofer-Handschrift und das hat nicht nur eine leicht spitzen Schildbuckel, sondern auch noch mit Dornen besetzt und ist nach außen gebogen. Ich nehme an, diese Dornen sind weniger dazu da, um den Gegner anzugreifen, das kann der Schildbuckel ganz alleine. Die sind auch wieder dazu da, um die Waffe des Gegners unter Kontrolle zu bringen, dass ich da die Waffe verhakt und ich die Waffe, wenn ich Glück habe, kontrollieren kann. Dann gehen wir mal zu den Fernwaffen. Da haben wir erstmal, eigentlich eine Waffe, die er nicht groß verwundern sollte, Wurfsperre wurden verwendet. Hier haben wir wieder einen gerichtlichen Zweikampf, da wird mit dem Speer angefangen, da wird mit dem Schwert weitergekämpft. Der eine wirft gerade seinen Speer, der andere wehrt das ab, indem er Schwert und Speer zusammen in den Händen hält und damit abwehrt. Wer wundert nicht, wir haben im Frühmittelalter Wurfsperre, weil man nicht immer, Wurfsperre ist eine sehr clevere Waffe. Was wir im Spätenalter aber haben, was wirklich erstaunlich ist, auch in der Wahrnehmung gar nicht so häufig, sind solche gefiederten Wurfsperre. Ein Bild aus dem Takunium Sanitatis ist wahrscheinlich ein bisschen orientalisierend in dem Fall, würde ich zumindest bei der Kopfbedeckung sagen. Aber man sieht sehr schön diese gefiederten Wurfsperre, die eigentlich wie riesige Pfeile aussehen. Und könnten auch riesige Pfeile sein, irgendwie Ikonografie, wenn es nicht so wahnsinnig viele Bilder davon gäbe. Wir haben hunderte Bilder von gefiederten Wurfsperren. Hier haben wir eine andere Variante, das sieht man Truppen mit wirklich übermannshohen gefiederten Wurfsperren herumstehen. Gibt es ganz viele Bilder und letztlich ist dieser gefiederte Wurfsperre die typische Waffe des Todes. Also so der Sensenmann mit der Sense, der ist im Mittelalter noch überhaupt nicht geläufig. Ich wüsste nicht, dass ich überhaupt irgendein Bild kenne von einem personifizierten Tod mit einer Sense. Also bin ich mir jetzt recht sicher, dass es keines gibt. Aber diesen Speer, den sieht man sehr häufig. Das ist das offenbar, mit dem der Wahrnehmung und der Vorstellung der Tod sich die Opfer mit seinem geworfenen Speer ist. So ein bisschen Armor mit seinem Pfeil, also eine Fernwaffe da zu machen, ist für die Zufälligkeit auszudrücken, ist gar nicht so schräg. Und man sieht eben auch diese große Widerhackenspitze, haben die ganz, ganz häufig in dieser Bewiderung hinten. Da gibt es auch ganz viele Varianten, die auch tatsächlich im Test funktionieren. Auch da hat übrigens Todstuff im Film zugemacht über solche Wurfsperre. Wurfaxt hatte ich schon mal erwähnt, ich mache es nochmal gerade, weil es auch so eine überraschende Sache ist. Diese Wurfexte waren gerade bei städtischen Aufgeboten relativ verbreitet. Da lesen wir häufiger, dass eine Wurfaxt besessen werden soll. Ein Wurfbiel wird meistens von gesprochen und eine Variante davon ist dieses Wurfkreuz. Auch das ist eine Waffe, sehr einfach zu werfen, irgendeine Spitze trifft bestimmt. Gar nicht mal so selten. Was ein bisschen überraschender ist, ist dann das Wurfmesser zu finden. Wir haben hier, es ist ein Heldenbuch aus dem Bereich der Artussage. Hier wird ein junger Held quasi ausgebildet und er lernt dabei unter anderem das Messerwerfen. Eine Quelle, die ich leider nicht gefunden habe. Ich weiß nicht, wo ich sie habe. Eigentlich die schönere Quelle. Da wird nämlich genau auch wieder ein Duell beschrieben, bei dem beide Gegner ungerüstet auf einem Schemel stehen, einen weiteren Schemel in der Hand haben, oder kann auch ein Buckler gewesen sein, die haben auf jeden Fall einen kleinen, runden Schutz in der Hand und bewerfen sich gegenseitig mit Messern. Auch eine Art von Duell. Aber im Kriegseinsatz hat ein Messer nichts verloren, weil auch die einfachsten Rüstungen kann so nicht durchschlagen. Das hat gegen gerüstete Gegner gar keinen Sinn. Aber offensichtlich ist Messerwerfen im Mittelalter trotzdem etwas, was man lernen sollte als Held. Und deswegen gehört es locker in diese Liste. Bei den Schusswaffen wird es dann noch ein bisschen schräger. Wir fangen gleich mal mit dem Doppelten Merkwürdigkeit an. Wir haben nämlich auf diesem Bild erstmal einen Kugelbogen. Das ist wieder der Codex Löffelholz. Da habt ihr ja vor einiger Zeit einen Film zu. Gerade für die Vogeljagd oder sowas. Ein Kugelbogen hat einfach den großen Vorteil, die Pfeile sind danach nicht weg. Also das Schussmaterial ist erheblich günstiger. Ich muss ihn nicht wieder suchen. Großartige Sache. Und wir kennen Kugelarmbruste. Das zeige ich auch gleich nochmal. Hier haben wir einen Kugelbogen. Und der untere von beiden ist aus Stahl. Auch stählerne Bögen oder eiserne Bögen gibt es häufig in Italien gar nicht mal so extrem selten. Das ist ein interessanter Material für einen Bogen. Aber letztlich, wenn der gut gehärtet ist und ordentlich federt, keine schlechte Bahn. Und auch das wieder eine Waffe, mit der man so erstmal nicht rechnet. Die Kugelarmbrust des Mittelalters sieht noch ein bisschen anders aus. Es gibt später den Ballester oder Schnepper. Der hat dann so eine starke Biegung. Es ist eine sehr, sehr leicht erkennbare Waffe. Das kommt so ab 1500 deutlich auf. Hier haben wir eine richtige Kugelarmbrust. Es ist wie eine Armbrust gebaut. Hat aber eben eine Rinne, um mit einer Kugel verwendet zu werden. Das ist so eine frühe Form davon. Und eine Waffe, die mich vor einiger Zeit völlig überrascht hat, hätte ich gedacht, gibt es gar nicht. Werde ich niemals eine Quelle zu finden. Auf diesem Jagdbild haben wir mitten im Bild ein Blasrohr. Und zwar, als wäre es aus Südamerika exportiert. Langes Blasrohr, übermannshoch, hier für die Vogeljagd verwendet. Großartiges Ding. Also es sind auch ganz viele andere Jagdzenen. Man sieht einen hinter Stroh verborgen, der eine Netzfalle bedient. Man sieht einen, der einen Wildschwein mit einer Saufeder zur Strecke bringt. Man sieht hinten Hunde. Man sieht vorne eine Armbrust. Aber mittendrin steht eben das Blasrohr zur Vogeljagd. Auch eine interessante Sache. Da kenne ich nicht mehr Quellen dazu. Bin gespannt, ob ich da noch mehr herausfinde. Aber war schon für mich so. Interessant. Dann die Feuerwaffen. Ich meine, eigentlich können wir sagen, Feuerwaffen sind für sich schon eine Merkwürdigkeit des späten Mittelalters. Die tauchen plötzlich auf. Verändern ganz viel in der Kriegsführung. Wenn auch nicht ganz so viel, wie man denkt. Also man kann nicht einfach einen Ritter damit erschießen. Aber trotzdem, der Impact ist sehr hoch. Aber ein Nachteil wird schnell klar. Ich kann einmal schießen, danach muss ich nachladen. Das ist so ein Ansatz, der man sehr früh versucht hat zu ändern. Zum Beispiel mit so einer Mehrfachbüchse. Die meisten Mehrfachbüchsen, die so eine Zeit lang herumgereicht wurden als Belege. Da hat man mittlerweile herausgekriegt, es sind indische Exemplare 18 bis 19. Jahrhundert. Meistens auch Signalwaffen. Also wirklich keine Feuerwaffen. Es gibt aber auch tatsächlich solche Mehrfachbündel Waffen aus dem späten Mittelalter. Da gibt es tatsächlich ein paar Beispiele. Und das ist zum Beispiel eine ganz schräge Variante. In der Mitte ein großes Rohr. Das ist übrigens auch nur, also das innere Rohr ist aus Holz mit einer Metallseele und einer Metalleinfassung. Und drumherum haben wir dann viele, viele kleine Rohre. Auch da ist nicht ganz klar, ist das eine Signalwaffe. Wie muss ich sowas sehen? Aber solche Mehrfachrohre gab es immer wieder. Eine andere Variante, die aber sehr spannend ist und wo wir auch keine Zweifel haben, wie die verwendet wurde. Wir haben einen Hinterlader, einen 15. Jahrhundert Hinterlader. Eine Stangenbüchse ist meiner Büchse auch tatsächlich gar nicht so unähnlich, aus Bronze gegossen. Und das Lustige ist für mich immer, das was wir hier sehen, wir würden es immer als Seitenansicht sehen. Für uns ist das hier eine Seitenansicht von einer fast gewährartigen Waffe. Das ist aber eine Draufsicht. Dieses Rohr biegt sich nicht nach oben, es biegt sich zur Seite. Und dann kann ich diesen Block rausnehmen, kann diese Kartusche, die unten zu sehen ist, die fertige Laden reinstecken. Die hat oben ein kleines Zündloch und das kann ich dann wie eine ganz normale Büchse abfeuern. Und wenn ich gefeuert habe, löse ich den Block, nehme die Kartusche raus, lade sie nach. Es gibt ein Projekt, so ein Ding nachzugießen. Es gibt einen Aschermetallurgen in Deutschland, der versucht, dies ist schon länger dabei. Es gibt auch ein Konzeptbild, den werde ich unten in die Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Kann ich Ihnen empfehlen, sich das mal anzuschauen. Aber zum einen ein Hinterlader, extrem überraschend. Und dass der dann auch noch ganz erstmal vertraut aussieht, aber völlig entgegen unserer Gewohnheiten gebaut ist, finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Ein Problem an Feuerwaffen ist immer, dass man zwar eine Waffe in der Hand hält, aber wenn die leer geschossen ist, hat man ein Problem. So dass hier ein Barionett oder sowas gibt es nicht. Das kommt sehr, sehr viel später. Und ich habe mich immer beklagt, warum ist keiner auf die Idee gekommen, irgendwie wenigstens eine Spitze dran zu machen. Und tatsächlich, es gibt solche Kombinationswaffen. Ich kenne ein Beispiel für eine Kombinationswaffe. Hier haben wir eine Stangenbüchse, ein Handrohr mit einem Achsplatt dran. Immerhin, irgendjemand ist auf diese Idee gekommen. Hat sich allerdings nicht durchgesetzt, warum auch immer. Scheint nicht sehr beliebt gewesen sein. Und eine noch schrägere Kombinationswaffe haben wir hier. Hier haben wir eine Mischung aus einem Streitkolben und einer Feuerwaffe. Was insofern extrem merkwürdig ist, denn die Pistole, das sind noch 20, 30 Jahre bis die aufkommt. Wir haben noch gar keine Einhandfeuerwaffe. Und da in Kombination mit dem Streitkolben, da gibt es sie schon. Wie der jetzt bei diesem Ding noch die Lunte mitführen will, um das Ding abzufeuern. Mir unklar. Ich nehme auch einmal an diese Flammen einen Schuss darstellen sollen. Und nicht, dass wir hier mit griechischem Feuer oder sowas zu tun haben. Wäre merkwürdig, kommt in der Zeit in der Region kein Mensch dran. Aber ich deute es mal als eine Mischung zwischen einem Streitkolben und einer Faustfeuerwaffe. Und als Faustfeuerwaffe wäre das schon ganz, ganz schräg. Und zum Schluss haben wir dann noch dieses Ding aus dem Kodex Löffelholz. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Vollkommen hirnverbrannt. Ein Schwert, das ich ausklappen kann zu einem Bogen. Und unter dem Schwertgriff sind noch zwei, schon wieder, im Prinzip Faustfeuerwaffen verborgen. Zwei kurze Feuerrohre, mit denen ich schießen kann. Also das ist mit Abstand das Schrägste, was ich jemals als Waffe im Mittelalter gefunden habe. Da gibt es nichts, was auch nur annähernd ranreicht. Aber die Idee war offensichtlich da. Schräg genug. Dann kommen wir zum Thema Belagerungswaffen. Da wird es auch noch sehr bunt. Ich hatte ja eben schon mal den Kriegswagen gezeigt. Das ist zu der Zeit oder im 50er Jahr eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Wir haben mit den Husiten eine vollkommen neue Form der Kriegsführung. Die Husiten haben eine defensive Aufstellung gewählt. Die haben Wagenburgen auf dem Feld gebaut. Mehrfach gestaffelt. Haben den Feind angreifen lassen. Haben ihre eigene Kavalerie zurückgehalten. und im Prinzip den Feind erst mal sich an ihren Wagenburgen abarbeiten lassen. Unter diesen Wagen gab es ausklappbare Holzplatten, hinter denen die Schützen verbergen konnten. Zwischen den Wagen hat man mit Geschützen gearbeitet. Die Husiten hatten sehr, sehr hohe Feuerkraft. Und auch hier sehen wir eben die entsprechenden Waffen. Wir sehen schon wieder einen Streitkolben, der gerade aus dieser Wagenburg heraus hocheffektiv ist. Sehr, sehr sinnvoll. Und das wurde übernommen. Im Prinzip überall, wo die Husiten waren, hat man Teile ihrer Ausstattung übernommen, Teile ihrer Taktik. Die Pavese ist sehr weit verbreitet worden. Und auch die Kriegswagen. Und aus dem Wolfsburg-Hausbuch ist ganz bekannt hier dieser Kriegswagen, den man aufschieben kann. Da drin ist dann eine Trebasse versteckt. Und das ganze Feldlager ist auf der dazugehörigen Abbildung mit solchen Wagen umzäunt. Eine offensivere Variante an solcher Wagen haben wir hier mit einem Sturmwagen. Einfach zu schieben, zwei Räder, ganz, ganz viele Klingen, die nach vorne zeigen. Damit kann ich zum Beispiel eine Breche schützen. Damit kann ich aber auch eine Breche angreifen. Also ich kann es defensiv für offensiv verwenden. Hier ohne Feuerwaffen eher defensiv. Aber schon diese Variante hat neben der Spitze und den Klingen vorne gleich mehrere Schussmöglichkeiten. Und da sind wir schon auf dem Prinzip am Rand einer anderen Waffenform, nämlich dem Orgelgeschütz. Relativ kleinkalibrigen Kanonen. Auch da ist wieder das Problem, das Nachladen. Und hier habe ich fünf Rohre auf einen Wagen montiert. Da gibt es auch noch deutlich mehr. Es gibt es auch mit 10 oder 20 Rohren, die dann auch immer kleiner werden, um das Ganze nutzbar zu machen. Es ist auch sehr, sehr beliebt. Auch das wieder, um zum Beispiel Brechen zu verteidigen, wenn da Leute, die auf die Breche anstürmen, quasi ungezielt reinzufeuern oder eben auch, um eine Breche anzugreifen. Genau dafür sind die sehr, sehr sinnvoll. Und hier haben wir eine besonders nette Variante. Ein große Kanonen nach vorne, zwei schräg gestellte, kleinere Kanonen. Und dann sieht man 1, 2, 3, 4 Bündel von jeweils 6 Kanonen. Also 24 kleinere Rohre, die nach vorne zeigen. Also da haben wir wirklich so einen Sturmwagen, der eine hohe Feuerkraft besitzt. Und im Prinzip aus dieser Idee, und auch verbunden mit gepanzerten Fahrzeugen, also wenn wir bei Belagerungsgeräten sind, allein die Katze, also wirklich so ein gepanzerter Überbau, um an die Mauer heranzukommen, die Idee ist schon sehr, sehr lange da. Urzeiten, also da gab es Riesenvarianten, teilweise für, es gibt einen Einbericht von einem fahrbaren Haus für 250 Ritter und 150 Bogenschützen. Also müssen groß gewesen sein. Und das Ganze hat man dann als Idee kombiniert, da sind wir jetzt genau im Bereich, keine Ahnung, ob es das jemals gegeben hat, aber wir haben im Hausbuch zum Beispiel diesen Panzer von Pferden geschoben, eine Kanone nach vorne, ansonsten ordentlich gedeckt, Schießschaden zur Seite, ein gepanzertes Fahrzeug und auch darüber sieht man, wie die Deichsel aufgebaut sind, die Achsen aufgebaut sind. Das ist alles hochfunktional, das würde so funktionieren. Wir können eben nicht sagen, hat man das jemals gebaut, denn es ist sicherlich funktional, es ist aber weder geländegängig sonderlich, vor allem, dass sie da die Pferde schieben, auch nicht so wahnsinnig transportabel und außerhalb einer Belagerung auch nicht mobil genug. Das würde halt von einfachen Angreifern relativ schnell gestürmt werden. Aber auch im Mittelalter, die viel bekanntere Variante, Leonardo da Vinci mit seinem Panzer. Der Panzer, den wir eben gesehen haben aus dem Hausbuch, der ist älter als da Vinci's Panzer und so die Grundideen auch bei Konrad Kieser, Bellifortes, das ist so eine Tradition solcher Bücher mit Kriegstechnik, die ist zu da Vinci's Zeiten schon über 100 Jahre alt. Wer ein Kriegstechniker ist, der hat sein Buch mit seinen quasi Belegen, was kann ich alles, welche Prinzipien habe ich verstanden, was kann ich bauen. Da ist so ein Panzersfahrzeug im Grunde genommen schon drin. Da Vinci's Panzer ist noch einmal ein bisschen anders, auch wegen dem Antrieb, denn er verwirft die Idee mit den Pferden, denn er sagt, die würden scheuen. Und deswegen ist hier sein Innenleben. Man sieht hier im Prinzip zwei Wellen, die das Ganze antreiben. Was fehlt, ist der Antrieb dafür. Also wenn da Leute stehen und diese Wellen drehen, dann ist das eine ziemlich langsame Angelegenheit, dann wird dieses Ding sicherlich nie schnell. Und darum herum waren eben, ich glaube, 16 Schießscharten mit größeren Waffen, die da rausschießen sollen. Also auch die Idee eines Panzers ist schon da, aber die Umsetzung ist natürlich ein großes Problem. Erst wenn wir von wirklich einem Antrieb sprechen, einem Motor oder so, das wird die Idee eines Panzers letztlich sinnvoll. Aber lustig finde ich dabei halt immer, dass es schon existiert. Und quasi mein Liebling unter solchen Belagungswaffen ist dann dieser Drache. Es scheint wohl aus Korbgeflecht zum Teil zu sein, hat eine ausklappbare Leiter, hat mehrere Geschütze am Bauch und aus dem Maul. Am Maul kommt sogar noch ein ganz witziges Projektil heraus, sieht fast raketenförmig aus. Die ersten Feuerwaffen waren ja Pfeilbüchsen, die haben auch noch Pfeil und keine Kugeln verschossen. Also was immer da dargestellt werden soll. Aber ich finde diese Grundidee eines Belagerungsturms in Drachenform schon sehr, sehr, sehr spannend. Das könnte man mal in Fantasyfilme einbauen. Das hätte doch was, oder? Eine ziemlich fiese Art der Belagerungstaktik, auch sind wir jetzt eigentlich aus dem Thema Waffen beinahe ein bisschen raus, Tiere als Waffen einzusetzen. Kampfhunde, klar, auch Hunderrüstung und Hundestachelhalsbänder und so etwas. Eine gemeinere Variante war, ich fange ein Tier, zum Beispiel ein Pferd, des Gegners und setze ihm eine Brandladung an und lasse es nach Hause rennen. Nutze es aus, dass das in seiner Panne nach Hause rennt und es nimmt den Brand mit. Und das Ganze gibt es auch noch, das sehen wir nicht mehr im Mittelalter, das ist ein bisschen später, darüber die schöne Schrift, ein Schloss mit einer Katze anzuzünden. Das sagt alles. Und darüber auch noch die Vogelwässerung, also wenn ich eine Brieftaube oder so schnappe, kann ich das genauso machen. Wies, gemein, bösartig. Das gehört aber leider in diese Liste. Gut, und zuletzt, als letztes nehmen wir noch die Rüstung, werden ja auch als Schutzwaffen bezeichnet. Da will ich jetzt auch erstmal die ganz großen, die vielen Prunkharniche raushassen, weil wir sind noch eigentlich vor der Entstehung der sehr, sehr stark verzierten Rüstung. Im 1600 werden Rüstungsverzierungen deutlich weiter. Das Beste, was wir im Spätengeltalter im Prinzip haben, sind vergoldete Haniche. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild Kurfürst von Brandenburg, Albrecht Achilles, in einer goldenen Rüstung. Die ist auch, der Kadotsburg gibt es einen Nachbau davon, sehr, sehr sehenswert. Und es gibt auch wenig Zweifel, dass es diese vergoldene Rüstung gab. Oder hier ein Reliquiar, das Karl den Kühnen zeigt. Auch da wieder eine vergoldete Rüstung. Auch in der Beute, die die Schweizer beiden begonnen haben, ist ein goldener Helm dabei. Vermutlich nicht der, der hier gezeigt wird, sondern etwas anderer. Aber goldene Rüstung, vergoldete Rüstung, Feuer vergolden natürlich, da geht mehr Material drauf als bei einer modernen galvanischen Vergoldung. War natürlich für die, die es leisten konnte, interessante Sache. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Wir wollen uns mit den schrägen, Varianten befassen. Schuppenhelme. Wir haben ja letztens einen ganzen Film über Helme gemacht. Das haben wir nicht ganz so beleuchtet. Es gibt immer wieder Abbildungen von Schuppenhelmen, die einfach aus kleineren Metallteilen zusammengesetzt sind. Das ist natürlich viel billiger als ein getriebener Helm aus einem Stück. Und das gibt es auch über mehrere Jahrhunderte immer wieder zu sehen. Hier haben wir eine andere Variante eines Schuppenhelms. Da gehen wir schon fast in die Neuzeit hinein. Da haben wir ganz viele Versionen. Und die billigste Variante eines Helms, also wirklich so, ich weiß nicht mal, ob die wirklich verwendet wurden, ob das irgendwie ein bildliches Klischee ist, ein Stereotyp, um zu zeigen, der ist ganz, ganz unten, der Strohhelm. Auch da. Viele, viele Varianten, viele, viele Beispiele. Das ist wieder die Karlsruher Passion. Und dieser Helm aus gebundenem Stroh einfach mit dem Seil um den Hals gebunden ist wahrscheinlich so, dass das Einfachste, was man als Helm finden wird. Man müsste jetzt mal den Herrn Weinhold fragen, ob er in seiner großartigen Helmsammlung schon einen Strohhelm hat. Und noch eine interessante Rüstungsvariante, die wir eben hier schon mal gesehen haben. Der Engel da im Hintergrund, das soll der Erzengel Michael sein, trägt eine sehr, sehr schräge Rüstung. Die Rüstung aller Antiqua. Hier haben wir ein Gemälde mit einer ganz ähnlichen Variante. Soll antikisierend wirken, soll an römische Rüstungen erinnern, auch mit diesem Rockteil, der getragen wird und diesen Fransen unter den Armen. Ein anderes Beispiel haben wir hier, ein Bild von Jan von Eyck. Auch da wieder der Erzengel Michael, der damit gezeigt wird. Und das habe ich jetzt noch mal vergrößert, damit man es besser im Detail sieht. Und da ist jetzt die große Frage, gab es diese Rüstung je? Es gibt eine ganz, ganz große Menge an Abbildungen. Also dutzende Abbildungen von solchen Rüstungen. Wir können nicht nachweisen, dass sie sie jemals gegeben hat. Aber es gab mal eine Gruppe historischer Darsteller hier in Deutschland, die solche Rüstungen hat machen lassen. Im begünstigen Kontext. Die haben eine begünstige Einheit dargestellt und sie haben genau diese Schultern ausprobiert und diese Rüstungsteile ausprobiert und die haben alle funktioniert. Also dieses Konzept ist grundsätzlich funktional. Die Bewegung ist da. Der Schutz ist da. Im Kampf würde so eine Rüstung im Grunde genommen funktionieren. Und das macht dieses Thema natürlich noch mal spannender. Haben wir es da mit einem Reim ein Topos zu tun? Ist das nur eine bildliche Darstellung für Fantasiefiguren, in Anführungszeichen, wie eben den Erzengel Michael? Oder ist das etwas, was es tatsächlich gab im höfigen Kontext? Es gibt zum Beispiel, wir wissen, es gab Turniere, in denen griechische Sagen nachgespielt wurden. Wurde sowas dann da getragen? Ist ja spannend. Tobey Capwell, das Kurator der Wallace Collection, hat mal für ein Turnier in Basel, ich meine es war in Basel gewesen, hat er mal genauso eine antikiserende Rüstung getragen, genau in diesem Kontext. Auch sehr, sehr spannend, ob er damit recht hat. Eine sehr viel verbreitete und auch sehr gut nachweisbare Rüstung ist dagegen die Kastenbrust. Trotzdem ist die so merkwürdig, wie ich sie hier reingenommen habe. Ich habe es schon mal gezeigt. Ein Bild von Konrad Witz, ein Ritter in Kastenbrust, auch noch dazu mit einem spannenden Helm. Die Kastenbrust ist ein wirklich eckig geformtes Ding. Auch das hat damit zu tun, dass die Tatsche draufgesetzt wurde. Das verbreitet auch seinen Rock, den er da trägt. Der ist für einen Fußkampf optimiert. Damit kann er gar nicht reiten. Das ist ein Fußkampf war nicht in dem Fall. Aber die Kastenbrust ist tatsächlich so 20, 30 Jahre sehr, sehr, sehr verbreitet. Und die schrägste Variante, die ich davon überhaupt kenne, seht ihr jetzt. Jeder, der Tischrollenspiele spielt, kennt 20-seitige Würfel. Hier haben wir die Rüstung zum 20-seitigen Würfel. Ich frage mich, warum das noch nie beim schwarzen Auge aufgenommen wurde. Das wäre so die perfekte Vorlage. Und damit es besser seht, habe ich es nochmal vergrößert. Es ist wirklich eine Rüstung. Auch die Riemen sind ganz schräg, aber diese Formgebung der Rüstung ist schon wirklich extrem seltsam. Ja, damit sind wir so einmal durch... Eigentlich haben wir uns ziemlich viel im späten Mittelalter aufgehalten, muss man sagen. Das Hochmittelalter haben wir kurz angekratzt. Das Frühmittelalter haben wir ganz rausgelassen. Denn tatsächlich, es gibt ganz, ganz wenig schräge Formen. Die Formen sind relativ einfach. Wir haben zwar interessante Waffen, auch interessante Rüstung, aber nichts davon, was wirklich so aus dieser Norm heraussteht. Hier ging es aber darum, Sachen, die so aus der Norm herausstechen, auch mal teilweise zeigen, wo unsere Vorstellung von Kampf einfach eine Überarbeitung bedarf. Denn im Duell herrschen vollkommen andere Voraussetzungen. Man braucht vollkommen andere Dinge als auf dem Schlachtfeld. Und dementsprechend haben wir spezialisierte Waffen dafür. Auch wenn wir uns ganz normale Schwerter anschauen, auch da sehen wir diese Spezialisierung. Mein Einheitsschwert, das ich habe, das mit einem vergoldenen Griff, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist eine spezielle Waffe. Es hat einen Mittelgrad und auf den Stich optimiert. Es ist kein normales Schwert zum Zuhauen. Es ist tatsächlich auch auf den Kampf gegen Rüstung ausgelegt. Da haben wir tausend Beispiele. Also Waffen sind immer irgendwo spezialisiert. Bei diesen Dingern sieht man es natürlich besonders gut. Und deswegen wollte ich es mal zeigen. Und quasi als Ergänzung zum anderen Waffenvideo wirklich das ganz, ganz schräge Zeug mal auspacken. Wenn ich Sachen übersehen habe, auch wenn ihr sagt, ha, was für ein Unsinn. Aus dem Frühmittelalter gibt es natürlich ganz, ganz tolle und ganz schräge Waffen. Zeigt sie rein. Schreibt sie in die Kommentare. Ich will sie sehen. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen neuen Film darüber. Und nach 1500, ich habe jetzt wirklich die Grenze mit Ende des Mittelalters gemacht. Kann man auch streiten, wann das genau ist. Danach explodieren diese ganzen Waffen. Dann haben wir sowohl in der Verzierung von Waffen und Rüstungen ganz, ganz neue Dinge. Es wird gepläut. Es wird emailliert. Es wird Eisenschnitt gemacht. Also wirklich mit dem Stichel in Eisenfiguren herausgeformt. Unfassbares Zeug. Und auch die Trickwaffen explodieren. Also Waffen, die kleinsteilig schießen können. Waffen mit herausspringenden Klingen. Versteckte Waffen. Mein Liebling aus dem 16. Jahrhundert ist der Streitkolben, bei dem ich den Kopf abnehmen kann. Darin ist eine Pfeffermühle verborgen. Eine Pfeffermühle. Klar. Dazu werde ich bestimmt irgendwann nochmal einen eigenen Film machen. Also dieses ganze wunderbare Thema der Trickwaffen von 1500 bis quasi, ja ich würde sagen, ins 19. Jahrhundert. Frühes 19. Jahrhundert. Da endet das dann. Da mache ich nochmal einen Film zu. Gibt es auch lustige Literatur dazu. In Dresden in der Waffensammlung haben sie wahnsinnig viele solche Trickwaffen gesammelt. Das gibt nochmal ein eigenes Thema. Aber das wollte ich hier raushalten. Hier ging es mir tatsächlich um das Mittelalter. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Es ist heute ein ganz klein bisschen kürzer als sonst. Das Thema war nicht so ergiebig wie andere Themen. Aber es darf auch mal ein bisschen kürzer sein. Dafür sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video zu einem interessanten Thema. Wenn es euch gefallen hat, liked den Kanal. Lasst mir einen Kommentar da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, das könnt ihr bei Patreon machen oder bei Coffee. Alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.